Zwei mal hintereinander diese Shales-Karte eingesetzt wurden. Ja, deswegen. Das war's. Ja, manche Karten haben ihre Nach-Vorteile, ne? Ja, das ist... Wie gesagt, Schamane will ich ja spielen, aber nicht bei diesen Karten, ey. Ja, genau. Genau, hol dir noch mehr Karten. Warum auch nicht? Ja, ne? Ja, ne? Ob du mich angreifst oder ich dich angreif damit, ist ja egal. Hauptsache, ich hau dir davon Leben weg. Quack! Quack! Kikari, scheiße! Nein! Außerweiligens musst du die zuerst angreifen. Ist ja egal. Ja. Ob ich die angreifen muss oder nicht. Muss man ein bisschen lauter reden. Ja. Aber ich sitze hier mit Gedanken hier rum, ey, das glaubst du nicht. Wie ist dick, ne? Das ist unglaublich. Ja, ne? Hier sitzt du und du weißt nicht, was du machen sollst. Ach, jau. Ja, genau. Weißt du, wenn du die ganze Zeit nur auf diese Leute hängst, ne? Dann machst du irgendwann mit der Fähigkeit nur die Leute platt. Mhm. Weil das andere war eine Karte, die ich gesetzt hatte. Ja, ich weiß. Aber trotzdem bringt das viel Spaß. Ja, ich sitze aber wie gesagt hier nur rum, ey, das glaubst du nicht. Ne. Wieso nicht? Ach ja. Ja. Ich hab Karten in der Hand, ne? Ich weiß nicht, was hiermit machen soll. Null Ahnung. Ey, was hat die denn jetzt gemacht? Kann ich das irgendwie nachgucken? Doch. Dann zieht einer davon und wirft die anderen beiden ab, okay. Also, Chris, kannst du ja einen abnehmen oder was? Oder kannst du, wie geht die? Ja, eine konnte ich mir davon aussuchen und die anderen beiden wurden... Wieder eingemischt. Ja. Ach so, okay. Eingemischt oder abgeworfen. Schaut euch die drei obersten Karten aus Decks an, zieht eine davon und wirft die anderen beiden ab. Ja, ob jetzt. Also, landen nicht im Decks, sondern die verschwinden gleich ganz. Das ist natürlich auch gemein, ne? Ja, aber hast du ja gemerkt, was ich gemacht hab. Ja. Das war dumm ein Gedanke, ey, irgendwie. Alles noch. Komm, mach auf fertig. Ach, ich bin immer noch dran. Ja, klar, ich warte auf dich. Hab doch da eben raufgedrückt. Oh, ja. Erstmal das. Dann das. Mhm, ist klar. Dann das. Dann vielleicht noch das. Mhm. Ich hab doch nur zweimal angreifen. Wie kommst du denn da rauf? Och. Ich hab doch früher mal nur gekräumt. Ach, tröste dich. Ja, solche Kombis mag ich eigentlich, weißt du, kannst du gleich ihre Zauberkarten einsetzen und dann, aah. Ja, danke. Du mich jetzt auch. Wieso? Nein, 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 nein. Die ist ja gar nicht gut. Die gefällt mir ja gar nicht. Ne? Wieso nicht? Wenn ich die gar nicht mag. Was klotzten so? Egal, noch einer hinzimmern. Kein Schaden. Ja, merkst du? So ist das ein ausgeglichener. Ja. Wenn wir Basis-Stacks nehmen. Ja, wenn ich das jetzt vielleicht ein, zwei Runden nochmal damit mache mit dem Basis-Stack, dann komm ich da vielleicht mit klar, wie in den ganzen Kombis. Du sitzt da vor, ich kenn die Karten ja gar nicht. Du weißt nicht, was du machen sollst. Ja, du hast ein riesiges Glied, hast du. Ah, mir auch nicht. Ach, jau. Ja, genau. Ah, ja, ja. Na, was hast du vor? Das hab ich vor. Mhm. Ach, ja. Kannst du mal irgendwo hinknutschen, wo du willst. Hm, hm. Hm? Äh. Ich glaub, ich hab sowieso verloren. Würd' sagen, ja. Na, ich hasse direkter Angriff, ey. Ist doch nicht wahr. Mogelt der sich mit direktem Angriff durch. Das ist ja nicht der Schlimme, ey, aber der direkte Angriff, der nervt. Hm. Ja, das... Das hätten sie wirklich umgehen sollen. Ach, nö. Neue Runde, neues Glück. Ja. Ja. Level 2. Ah, Niederlage. Ich hab anderthalb dadurch bekommen. Ich hab jetzt ein Level bekommen. Ich hab jetzt ein Level bekommen. Ja, ich hab jetzt ein Tierbegleiter herbei. Verleiht einem eure Dienste. Ja, okay. Passiert mich nicht. Ich bin bereit. Probier das einfach mal. Basis. Ach, ja. Aber bringt's schon Spaß, wirklich. Jawohl, ich... Ja, ja, gut. Man kann sich schon gut bei aufregen, aber trotzdem. Ne? Ja, manchmal nervt es, ey. Manchmal ist das wirklich widerlich. Ja. Starre Gast wird an. Ja. Ich bleibe Moorlog zusammen. Versammle Zuschauer. Mische Karten. Aber... Die Sache ist, du kannst ja damit... Der umgehend direkten Angriff war, wenn du... Sportmonster hast. Ja. Das ist das, ja. Nein, nicht am Anfang. Ich brauch keine anderen Karten ziehen. Den darf ein Fähigkeit. Oh, warum, ey? Warum ausgerechnet jetzt so eine Kackkarte, ne? Ja, genau. Zieh noch mehr davon. Oh, du Kacker bist. Was kann denn deine Karte da? Zieh eine Karte und... Boah, ist aber gemein, oder? Was? Zieh eine Karte und erleidet zwei Schaden. Ja, ist halt so, ne? Ist natürlich auch gemein. Das ist halt so. Oh, ja, warum nicht? Hier. Das ist ein Spot. Ach, ja. Ey, du sitzt hier. Das ist unglaublich. Guckst du dir die Karten an? Keine Ahnung. Ist nicht schlimm. Also, ich hab eine für dich. Deine ist aber auch weg. Ja. Aber so geh ich die erst mal, so hab ich immer das weg. Ach so, fertig. Ja. Hast du. Hm. Hm. Ja, ruf mal lieber einen Arzt bei dir, ey. Wo, 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 wo. War ich nicht. Hilft als. Hm. Kriegsgolem ist weg. Ha, 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 ha. Naja. Egal. Habe ich hauptsache ein paar Karten auf dem Feld. So, ja, dann ist der Beißer für dich, ne? Es heißt ja auch immer, man soll lieber die schwächeren Karten auf dem Feld ignorieren und einfach direkt angreifen. Ja. So geben dir die meisten die Tipps. Es ist auch besser, direkt anzugreifen die ganze Zeit. Ja, aber dennoch, sowas ist nervig, sowas ist affig. Das kenne ich gar nicht. Man soll ja nicht spielen, sollte erstmal die Munze weghören, damit man an den Helden kommt. Ja, aber das ist anders halt. Oh nein. Ich bin bereit, aber ich nicht. Die Karten ist so bescheuert, ey. Ja, komm, mach's nochmal richtig hart hier. Stehst du drauf? Ja, so richtig hart will ich's. Wie immer. Ja, gib mir den Keks damit. Ach so, ich hab nur eine für dich. Naja. Oh. 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 Alter, die sind so nervig. Oh, alter, wie viel. Hab da so viele davon drin, oder was? Vielen Dank.